Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich hoffe, dass ihr mich gut verstehen könnt, trotz dass meine Stimme heute ein bisschen brüchig ist und ja, dass wir eine gute Zeit natürlich auch haben werden. Und zwar geht es um die Prolog-Quest zu Necrom. Dazu könnt ihr dann wie immer einfach einmal auf den Kronen-Shop klicken, einmal auf Quests runterscrollen, auf Prologe und dann findet ihr hier Prolog Auge des Schicksals. So, die startet irgendwo hier hinter uns. Da müsste gleich ein Questgeber kommen. Ah, hier vorne. Des Wissenden? Der Fürst des Schicksals, der Wächter des Ungesehenen, der Herr der Geheimnisse. Vielleicht kennt ihr ihn als Hermaeus Mora, den daedrischen Fürsten des Wissens und der Erinnerung. Er hat viele Pfade in die Zukunft gesehen, doch nur einen, bei dem sowohl Nirn als auch Apokrypha überleben. Ihr wollt, dass ich für einen daedrischen Fürsten arbeite? Ich möchte, dass ihr helft, die Ebene Apokrypha zu bewahren, um die Wirklichkeit von Nirn daran zu hindern, sich aufzulösen. In diesem besonderen Augenblick und in diesem einen Fall sind die Schicksale der beiden Reiche untrennbar miteinander verbunden. Werdet ihr tun, was der Fürst möchte und mir helfen? In Ordnung. Ich helfe euch. Was muss ich tun? Zunächst müsst ihr die Smaragdglühfig beschaffen. Sie ruht in einem Gewölbe, in das man von drei Orten aus hinein gelangen kann. Ich werde euch Portale zu jedem dieser Orte öffnen und das Schicksal euch den Weg weisen lassen. Sobald ihr dort seid, wird dieses Buch das Gewölbe offenbaren. Und mit diesem Talisman kehrt ihr zu mir zurück. Warum muss ich die Smaragdglühfig beschaffen und was genau ist überhaupt eine Glühfig? Glühfiker sind eine Schöpfung von Hermäus Mora. Jede birgt bestimmtes Wissen oder eine Erinnerung. Richtig angewendet kann man sie zu einer greifbaren Fassung jenes Konzepts machen, das in ihnen steckt. Ihr braucht die Inhalte von drei Glühfiker, um Hermäus Mora zu helfen. Drei Glühfiker? Diese drei Glühfiker enthalten Konzepte, die, nach ihrer Freisetzung, eure Verbindung zu Hermäus Mora für die Dauer dieser Krise festigen können. Ich habe schon zwei der Glühfiker erlangt. Ihr werdet die dritte beschaffen. Und, oh, welche Frage. Und wer ist noch gleich Hermäus Mora? Erzählt mir mehr über dieses Buch und den Talisman, den ihr zu mir gebracht habt. Der Foliant ist eines von Hermäus Mora's Büchern der verbotenen Geheimnisse. Er stellte es zur Verfügung, um euch zu jenem Gewölbe zu führen, in dem die Smaragd glühfig zu finden ist. Lest das Buch, nachdem ihr durch eines der Portale getreten seid, und es wird euch zu ihrem Versteck führen. Und was ist mit diesem Talisman? Ein seltsamer Fetisch, nicht wahr? Der Legende nach wurde dieser versteinerte, runenbedeckte Tentakel einem Priester geschenkt. Er soll vom Leib des Wissenden geschnitten worden sein. Beschafft die Glühfig und setzt danach den Talisman ein. Er wird ein Portal öffnen, durch das ihr zu mir zurückkehren könnt. Und wer seid ihr wirklich, Lehrer Miel, die Weise? Niemand Wichtiges, nur eine einfache Gelehrte, die vor mehr als einem Jahrhundert einen Handeln mit einem Fürsten einging. Im Austausch für verbotenes Wissen unternehme ich gelegentlich Missionen für Hermäus Mora. Nun beeilt euch, während ihr trödelt, werden unsere Feinde stärker. Vor mehr als einem Jahrhundert, aber sie hat sich trotzdem gut gehalten. Welches Portal sollte ich nehmen, um das Gewölbe zu erreichen? Portale, faszinierende Risse im Raum. Sie öffnen sich zu anderen Orten, anderen Zeiten, sogar anderen Reichen. Äh, wie lautete die Frage? Oh, welches Portal? Dasjenige, das euch am besten gefällt, entsandte. Sie führen zur Reifzeckengrube, zum Wurzwasserhaien und zum Umland von Ondil. Die Reifzeckengrube kann ich mich nur einigermaßen daran erinnern, aber die anderen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, was erwartet mich in der Reifzeckengrube? Die Reifzeckengrube ist eine Höhle mitten in Malabal Thor und voller Reifzecken. Viele Abenteurer sind diesen Blutsaugern schon zum Opfer gefallen. Ein Eingang ins Gewölbe wartet irgendwo in ihren Tiefen. Ich meine aber, die Höhle wäre nicht so groß gewesen. Sollte ich noch etwas über den Wurzelwasserhain wissen? Der Wurzwasserhain ist ein Sumpf im westlichen Grünschatten, in dem eine Bibliothek geheimen Wissens verborgen liegt. Ein Kult, der sich das Holzauge nennt, unterhält diesen Ort. Einer der Eingänge zum Glühfiggewölbe ist dort zu finden. Erzählt mir vom Umland von Ondil. Ondil ist eine alte Altmeri-Ruine in der Mitte Auridons. Ach ja. Seuchenkranke Bauern streifen durch die Außenbezirke, die die Ruine umgeben. Seid auf der Hut, falls ihr euch entscheidet, den Gewölbezugang dort zu nutzen. Stimmt, stimmt. Also eigentlich, ich glaube, die sind alle jetzt nicht so groß. Ja, ich glaube, ich gehe entweder nach Auridon oder nach Malabal-Thor. In Ordnung. Ich glaube, ich weiß, welches Portal ich benutzen werde. Hervorragend, Entsandte. Hermeos Mora traf eine gute Wahl, als er euch diese heikle und wichtige Aufgabe übertrug. Nun geht. Zahllose Schicksale in dieser Welt und in anderen stehen auf dem Spiel. Sobald ihr ein Portal wählt, schließen sich die anderen. Lasst euch vom Schicksal leiden. Ach so, die Portale sind hier. Wurzel, was soll er im Umland von Ondil? Ja, ich denke mal. Das ist ja auch unsere Heimatstadt. Folgt den offenbarten Runen. Das ist keine Rune, aber nehme ich trotzdem gerne mit. Okay, also er hat schon mal seine Jünger als Sand. Jetzt muss ich nur noch gucken, welche Runen jetzt gemeint sind. Ach, hier. Okay. Ich weiß, das war überall gleich nervig. Das ist schon mal eine Rune. Da ist noch eine weitere. Rechts ist auch noch eine. So, hier. Hier ist noch eine. Da. Das nehmen wir nochmal schnell mit hier. Nee, eigentlich nicht, Funke. Ich habe es zwar im Original nicht gemacht, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich die umbringe, damit ich hier in Ruhe wegen der Runen gucken kann. Und die andere ist... Ach, die hängt da hinten dran, oder? Ja, genau. Die hängt hier dran. Das heißt, es geht jetzt hier rum. Okay, es geht nicht ins Verlies, was ich erst gedacht hatte. Ah! Hier war es einfacher. Ja. Also, ich weiß nicht mal, wo ich vorher gewesen bin, als ich das privat mal gemacht hatte. Aber ich muss sagen, hier war es jetzt einfacher zu finden. Oder ich war einfach zu doof dazu in dem Moment. Das kann natürlich auch sein. Kann beides sein. So, du wirst mich sowieso verfolgen. Die kommen wir mal weg. So, dann... Müssen wir irgendwo... Äh... Ach, das ist höher. Das heißt, wir müssen... Okay, dann hätte er mich doch nicht verfolgt, wenn ich durchgelaufen wäre. Was war das? Sie gerade erdulcht wurden? Okay, ich bin leicht verwirrt. Ich glaube, sie ist jetzt gerade erdulcht worden. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Sitzplatz bei Fuß. Äh, also nicht bei Fuß. Ich will ja nicht, dass er mitkommt. So, Moment. Wie viele Pfeine haben die denn noch? So. Ah, okay. Die haben die Leute hier umgebracht. Dann habe ich das doch richtig verstanden. Guten Tag. Leider keine Zeit. Ich muss eine Glühfick holen. Genau. Funke kümmert sich um die Vampire und ich schaue mal nach der Glühfick. Wer bist du denn hier? Ja, ich denke. Einen größeren Angriff, würde ich mal sagen. Und der kommt nicht. Miesen Feiglinge rennt doch nicht immer weg. Äh. Der ist gar nicht verpackt. Nein. Na gut, lasst uns sprechen. Das große Auge schickte uns Visionen. Sagte uns, dass wir die Smaragd glühfig schützen sollen, bis seine erwählte Hand eintrifft, um sie zu beanspruchen. Doch unser Orden hat nicht viele Krieger. Diese Vampire überwältigten meine Mitgläubigen, bevor wir für eine ordentliche Verteidigung sorgen konnten. Ihr hattet eine Vision von mir? Wer seid ihr? Wir bekommen viele Visionen vom großen Auge. So teilt es seinen Gläubigen seinen Willen mit. Ich bin Dralis, ein Anhänger der Gemeinschaft des Auges. Uns wurde aufgetragen, die Glühfig zu schützen, bis ihr kommt, um Anspruch auf sie zu erheben. Ich habe auch diesen Brief gefunden. Ist der Brief wichtig? Ich habe keine Ahnung. Ich nahm ihn einem der Vampire ab, doch er wurde in einer Art Geheimschrift verfasst. Ihr arbeitet mit Lerameel der Weißen zusammen, nicht wahr? Eine der Lieblingssterblichen des großen Auges, auch wenn es ihr an Glauben mangelt. Sie könnte ihn vielleicht entschlüsseln. Nun gut, ich gebe Lerameel den Brief. Doch was ist das für ein Leuchten, das die Smaragd-Glühfig umgibt? Ein Schutzschild, der von einem mächtigen Priester der Gemeinschaft gewirkt wurde. Er hat die Vampirsöldner bisher aufgehalten, denn nur die Schicksalserwählte darf hindurchtreten und die Glühfig nehmen. Ich würde vorschlagen, ihr lasst Eile walten, meine Freundin. In Ordnung, ich nehme mir die Smaragd-Glühfig. Sputet euch, meine Freundin. Ihr könnt dem großen Auge nicht ohne die Smaragd-Glühfig helfen. Nehmt sie und geht, bevor noch mehr von diesen Söldnern eintreffen. Seid vorsichtig, was Lerameel angeht. Ihr Durst nach Wissen schließt nicht aus, dass sie die vorhergesehene Bedrohung ist. Mhm. Wie kommt ihr darauf, dass Lerameel Teil der vorhergesehenen Bedrohung sein könnte? Es ist ein Verdacht, mehr nicht. Die Gemeinschaft des Auges hat vor kurzem erfahren, dass manche, die behaupten, nur das Beste für das große Auge zu wollen, in Wahrheit daran arbeiten, Apokrypha zu untergraben. Gehört Lerameel zu ihnen? Ich kann es nicht beweisen. Noch nicht. Warum versuchen diese Vampire die Smaragd-Glühfig zu erlangen? Die Dämmer-Säbel sind Söldner von der Telvanni-Halbinsel. Jemand hat sie angeworben, um an die Smaragd-Glühfig heranzukommen und sie in Besitz zu nehmen, bevor die Schicksalserwählte genau das schafft. Ich weiß nicht, für wen sie arbeiten. Doch der Brief, den ich euch gab, könnte antwortenbereit halten. Aber mal nebenbei, er ist doch auch ein Vampir, oder? Weil er hat diese roten Augen. Ich meine, so rot sind die normalerweise nicht bei den Elfen. Erzählt mir von diesem Ort und euren Diener Drals. Drals? Dralys? Die Gemeinschaft des Auges ist ein kleiner Bund, der sich dem großen Auge verschrieben hat. Ihr nennt es Hermäus Mora. Es hat uns angewiesen, dieses Gewölbe zu bewachen, bis ihr eintrefft. Und wir haben unsere Aufgabe erfüllt, trotz des Todes so vieler Gläubiger. Möge das große Auge euch im Blick behalten, Erwählte. Falls ich mehr über diese Bedrohung erfahre, melde ich mich. Jetzt lässt er mich hier einfach alleine zurück, oder was? Das ist ja toll, na gut. Nehmen wir mal die Smaragd-Glühfig. Sieht so ein bisschen aus wie aus einem Rätselspiel, was ich mir gerade geholt habe. So, halt, stopp. Nein, nein, versteinerte Tentakel-Talisman. Hier ist keiner, aber... Achso. Hallöchen. Das waren aber nette Augen. Mondbischof Hunal. Was meint ihr? Wahre Größe erwartet euch, aber nicht hier, ja? Ihr müsst zum Tempel von Mondhöhe reisen. Sucht nach einer Person, die am Wegesrand auf euch wartet. Sie wird euch dorthin leiten, wo ihr hin müsst. Nun gut, ich werde nach Mondhöhe gehen. Das war jetzt hoffentlich meine Quest. Also, meine normale, ich gucke zur Sicherheit mal lieber nach, Moment Prologe. Ne, das war gar nicht die Quest. Äh? Äh, okay. Damit haben wir dann anscheinend jetzt die Hauptstory von Schnittermark angenommen. Das ist die einzige, die ich irgendwie übersprungen habe. Ich habe absolut keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Aber wir wollen natürlich weiter mit dem Auge machen. Ich sollte zu leerer Mehl der Weisen zurückkehren. Ja, wieso, wieso bringen die mich denn nach hier? Wenn ich doch zu ihr zurückkehren soll. Na gut, ich gucke mal eben, wo ist sie denn jetzt? Ist sie immer noch in... Ne, sie soll angeblich in Düne sein. Achso. Hä? Die ist hier drin? Ach. Mein Gott. Die Strömungen des Schicksals und deren Gezeiten tragen euch wieder an das erforderliche Ufer. Ja, Strömungen des Schicksals. Da können wir wirklich von reden. Weil dadurch habe ich jetzt endlich mal die Quest in Schnittermark gefunden, wo es leider niemanden gab, der mich rübergeführt hat. Ich habe das Effluvium aller Möglichkeiten betrachtet und dabei ist mir eine Proliferation plötzlicher Potenziale aufgefallen. Das deutet wohl darauf hin, dass ihr erfolgreich wart. Hattet ihr Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Smaragd-Glyphic? Ich habe die Glyphic. Söldner versuchten, sie zuerst zu erlangen und viele Kultisten starben, um sie zu schützen. Feindliche Kräfte gehen gegen den Wissenden vor. Genauso wie er es erwartet hatte. Ich betrauere den Verlust von Hermäus Moras Gläubigen. Aber Trauer darf unser Vorankommen nicht aufhalten. Ich wünschte nur, wir wüssten mehr über diesen Feind. Ein Mitglied der Gemeinschaft des Auges hat überlebt. Dralys. Er hat bei den Söldnern diesen Brief geborgen. Dralys? Ja, ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Hm. Dieses Dokument wurde in einer obskuren Chiffre verfasst. Ich werde versuchen, das Schreiben zu entschlüsseln, während ihr den Schrein des Goldauges findet. Dorthin müssen wir die Glyphic und deren Gegenstücke bringen. Die Glyphic und deren Gegenstücke? Ja, jene, die ihr bei euch führt, und die beiden in meinem Besitz. Wir können sie am Schrein verwenden, um unsere Vereinbarung mit Hermäus Moras formell abzusegnen. Leider bin ich keine der Gläubigen. Nur seine Anhänger kennen die Orte. Wie finde ich einen von Hermäus Moras Gläubigen? Lasst es mich auf eurer Karte markieren. Zwei der Gläubigen, mit denen ich bekannt bin, leben an diesen Orten. Sprecht mit Mildanor und Bassian. Es sollte ihnen eine Freude sein, der Schicksalserwählten den Standort des Schreins zu nennen. Ich werde euch bei ihnen treffen, um euch vorzustellen. Ihr seid keine Anhängerin von Hermäus Moras? Ich bin eine Wissenssucherin, die der Weisheit nachjagt und in Geheimnisse eintaucht. Vor langer Zeit ging ich einen Handeln mit dem Fürsten des Schicksals ein. Im Austausch für einen Blick in die verbotenen Folianten von Apokrypha unternehme ich von Zeit zu Zeit Missionen wie diese. Ihr seid also keine diedrische Kultistin? Ich überlasse die Verehrung und die Gebete an den Wissenden Dralis und Bassian und ihresgleichen. Meine Verbindung zum Mora beruht rein auf beidseitigem Nutzen. Nun kommt, Entsandte. Die Zeit ist ein kostbares Gut, wenn das Schicksal zweier Reiche in der Schwebe hängt. Nun gut, die Frage ist jetzt nur, findet den Standort, das ist irgendwo in der Richtung? Ah, hier oben. Okay. Das heißt, wir müssen, ich hoffe, ich stehe das jetzt richtig auf der Karte, genau, wir müssen in diese Richtung reiten. Das Quietschige in meiner Stimme aktuell tut mir übrigens sehr leid, aber ich bin immer noch sehr stark erkältet und ich kriege es einfach nicht weg momentan. Mildanor, seht euch um, Entsandte. Wir müssen ermitteln, was hier geschah. Das hier muss er seinem Angreifer entrissen haben, bevor er starb. Der obere Teil der Nachricht wurde wohl abgerissen, als Mildanor danach gegriffen hat. Eure neuen Schirmherren verlangen Genugtuung. Die Glyphika sind im Spiel und sie sind erforderlich für den Angriff auf Apokrypha. Es ist euer Auftrag, sie zu beschaffen. Falls ihr versagt, werden dunkle Visionen und ein schmerzhafter Tod eure geringste Sorge sein. Erfüllt eure Mission, dann werde ich zu euch kommen, um die Glyphika zu holen. Jemand, der sich erinnert. Ich persönlich finde ja immer diese Rückblicke, wo man dann wirklich sieht, frei nach dem Motto, oberste Regel bei der Filmmacherei, auch beim Bücherschreiben, Show, Don't Tell, die finde ich ja immer noch interessanter, als so Briefe vorzulesen. Runen der Zerstörung, mächtige Magie, die Mildanors Schutzzauber überwand. Vergleichen wir unsere Beobachtungen. Ich dachte, ich muss noch die anderen Sachen vorher machen. Ach nee, das hier hatte ich glaube ich schon. Achso, über Apokrypha. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich habe es jetzt so schnell gemacht. Entschuldigt bitte. Passt jetzt aber auch gerade sehr gut zum Thema. Mildanor hat Schutzzauber aufgestellt, um diese Kammer abzusichern. Doch ihre Energie wurde von diesen Runen weggebrannt. Nur ein mächtiger Anhänger des Wissenden könnte solche Magie einsetzen. Ein Gefolgsmann von Hermäus Mora hat Mildanor ermordet. Vielleicht sogar jemand, den er kannte. Würde Hermäus Mora einen seiner Gefolgsleute entsenden, um Mildanor zu töten? Mildanor? Nein. Der Wissende mischt sich nur selten in den Lauf des Schicksals ein. Dies ist das Werk eines Verräters, der behauptet, Hermäus Mora ergeben zu sein. In Wahrheit jedoch daran arbeitet, genau die Bedrohung voranzubringen, die wir aufhalten sollen. Dieser Papierfetzen deutet darauf hin, dass jemand die Glyphika sucht, um Apokrypha angreifen zu können. Hermäus Mora hat mir erzählt, es sammeln sich Feinde gegen ihn. Ich fragte mich, warum er mir nie gesagt hat, wer sie sind. Vielleicht weiß er es nicht. Doch wie ist das möglich? Der Wissende weiß alles. Was die Glyphika angeht, wir werden sie sicher verwahren. Was nun, Leramiel? Wir müssen Bassian erreichen, ehe dieser Verräter ihn erwischt, um zu erfahren, wo der Schrein des Goldauges zu finden ist. Die beste Möglichkeit, die Glyphika sicher zu verwahren, besteht darin, den Schrein zu erreichen und sie so zu verwenden, wie Hermäus Mora es uns aufgetragen hat. Nun gut, reden wir mit Bassian. Hoffentlich kann Bassian uns erzählen, wie wir den Schrein des Goldauges finden. Ich treffe euch bei ihm. Ich hoffe nur, wir erreichen ihn, bevor der Verräter ihn auch zum Schweigen bringt. Ich glaube, Dralys hat auch einen Verdacht, was mögliche Verräte angeht. Er hat mich gewarnt, euch nicht zu trauen. Diese Lage lässt uns jeden Schatten fürchten, Entsandte. Wenn auch Dralys jemanden für einen Verräter hält, sind wir auf derselben Fährte. Er hat nur den Fehler gemacht, anzunehmen, ich sei es, die diesen Verrat übt. Ich will euch helfen und zwei Welten retten. Mehr nicht. Tja, ist dem so oder ist dem nicht so? Das werden wir noch erfahren. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Da unten findet den Standort des Schreins. Ich denke, dass hier jetzt eigentlich mal ein guter Moment wäre, um einen kleinen Cut zu machen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge beim Schrein wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank.